Symbol zeichnen. Hat sie es? Hat sie es? Hat sie es? Hat sie es? Ja, das hat sie. So, jetzt muss ich nur wissen, wie ich mich am besten hinstelle. So, wenn ich hier sitzen bleibe, würde er mich irgendwann sehen, das ist klar. Wenn ich von da schieße, geht das auch nicht. Das kann ja nur hier irgendwie beim Truck sein. Da hinten verstecken ist auch doof, weil dann der von der Tankstelle kommt. Okay. Wenn ich mich jetzt hier hoch schieße. Moment, ich probiere jetzt einfach mal was. Kann ich hier durch? So. Ja. 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 So, da habe ich die Alarmanlage ausgelöst. Da gehen die da hin. Aber dann ist ja trotzdem noch der um die Kurve rum. Moment, ich lasse Amy mal kurz hier sitzen. Dann gehe ich mal schnell hier. Und hoffe, dass ich kontaminiere. Ja, das sieht gut aus. Auf jeden Fall ein bisschen. So, jetzt geht es ein bisschen schneller. Ich muss mal hier das Gesicht einblenden, damit ich sehe, wie weit wir fortgeschritten sind. So. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Na, los. Na, komm schon. So kann ich das anbieten. So, dann stehen die hier bei dem Auto. Ach, ich hätte das da hinten nehmen müssen. So, dann gehe ich mal wieder hier hin. Ducken. So, dann wähle ich mal wieder Amy aus. Und dann machst du nochmal den Stoß. Und nimmst hinten das Auto. So. Das müsste jetzt dann ganz schnell gehen. So, ich mache mal schnell den hier. Nein. Du gehst hier nirgends hin. Und jetzt muss ich das andere Auto wieder. So, das hier nochmal. Und jetzt muss ich das andere Auto wieder... So, komm mal ran. So. Und jetzt... So, jetzt gehen die zu dem Auto. Oh, dann gehen wir, dass wir alles weiterkommen. So. So. Jedenouting. Zugang durch den Basement. Aber ich bin nicht sicher, dass es klar ist. Dr. Jonas hat eine Gruppe von diesem Weg. Und ich habe noch nie gehört. Wenn das gut genug für mich ist. Ich finde es. Los geht's! So, jetzt... Nein! Verdammt! Aber wie hat der mich... Wie können die mich denn gesehen haben? Ach, okay. Kontrollpunkt haben wir erreicht. Das ist ja cool. Hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet. So, hier hinten geht es nicht durch. Ich habe die orange Karte. Das wäre jetzt geil, wenn wir einfach jetzt hier durchlaufen können. Jetzt nehmen sie es nochmal an der Hand. Arme Mädchen. Gut, den Stock habe ich auch. Das ist ja cool. Also, ich glaube, ich habe ein bisschen den Bug ausgenutzt von dem Level. Ich laufe mal erstmal hier lang. Und dann zeichne ich das Zeichen hier nochmal ab. Da bin ich ja jetzt... Da bin ich jetzt positiv überrascht, dass das so gut geklappt hat. Dann könnten wir das ja doch noch schaffen. Jetzt noch in diesem... Im nächsten Part vielleicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt lang muss. Ich laufe einfach mal nach hier unten. So, Tür eröffne dich. Tür ist verschlossen. Dann gehen wir durch die andere Tür, wo wir vorhin nicht durchgekommen sind. Und das Coole ist ja auch, dass die Zombies nicht da sind. Wo ist er denn hier? Ach, da ist er. Na, jetzt komm. Ne, Taschenlampe lasse ich mal lieber aus. Sonst, ähm, kriegen wir wahrscheinlich noch ungebetenen Besuch. Sesam, öffne dich! Ah, super. Ich hasse Gänge. Aha, hier kann man sich wieder verstecken. Ah. Nein! Versteck dich! So. Komm schon. So, der ist vorbei. Das heißt, ich könnte jetzt, glaube ich, wieder raus. Puh, alter. Ich hab jetzt schon gedacht. So. Bleibt er jetzt weg? Ich trau mich einfach mal wieder nach draußen zu gehen. Puh. Na, Amy, wo bist du denn? Da ist er ja. Amy. Ich weiß, dass sie schrecklich sind. Aber ich werde dich ins Krankenhaus bringen. Du bist da sicher. Ich versuche. Ja. Jawohl, ich bleib, Mama. Hoffentlich bringst du mich schnell ins Krankenhaus. So, überspringen. Und da haben wir ja schon das Knöpfchen. Für den Aufzug. So, da ist er auch schon unten. Dann komm ran hier, Mädchen. Haben wir hier hinten vielleicht noch irgendwas Interessantes? Was Brauchbares? Natürlich nichts. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich dachte schon, da liegt was auf dem Boden. Okay. Okay, 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 okay. Geht die Tür auf? Ja, super. Natürlich geht sie nach unten. Ich will hier nicht runter. Okay, wo mal kannst du diese Treppe hinführen? Ich weiß es nicht. Hoffentlich. In Sicherheit. Weil ich mag das Spiel langsam nicht mehr spielen. Da liegt ein Arm. Nein. Jetzt sag mir nicht, dass schon wieder sowas kommt. Ich muss doch jetzt wohl nicht durch die Kanalisation laufen. Da kann bestimmt Amy wieder durchkriechen. Nee, kann sie nicht. Okay. Dann laufen wir halt mal hier lang. Kommt sie? Okay. Vorbei an abgetrennten... Ach, das waren Beinen. Okay. Mach mal die Taschenlampe an. Natürlich muss ich auf der anderen Seite lang laufen. Oder hier? Hier. Hier passiert doch irgendwas. Okay. Hier geht das Tor auf. So, du läufst mal nicht so weit vorne weg, Mädchen. Ich muss hier schließlich auf dich aufpassen. Gut. Da hinten ist noch ein Knopf. Da ist auch noch ein Knopf. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufen muss. Ich laufe einfach mal irgendwo hin. Und hoffe, dass ich hier schnell wieder nach draußen komme. So, was habe ich jetzt aufgemacht? Das Tor nicht. Da hinten, das ist jetzt auf. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Ich laufe mal ein bisschen schneller. So, ich laufe mal ein bisschen schneller. Gut. Der ist tot. Boah, wo muss ich denn hier lang? Das ist bestimmt... Drücke den... Ach, da hinten ist jetzt... Da komme ich doch nicht vorbei, oder? Ach doch. Ne, hier komme ich nicht durch. Ich muss die Tür da hinten aufkriegen. Na, das wird ja noch interessant werden. Ich laufe erstmal da hinten wieder durch das Tor durch und mache das andere Tor auf. Und wenn wir ein Brecheisen gefunden haben, dann bedeutet das bestimmt nichts Gutes. Ach, natürlich. Gut, das heißt, ich muss jetzt alleine hier raus. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Ach, und jetzt kann ich ihr hier sagen, dass ihr das Tor aufmachen soll. Okay. Macht sie das? Macht sie das? Macht sie das? Macht sie das? Ja, sie macht es. So ein braves Mädchen. Einmal wieder Licht an. Das ist mir sonst ein bisschen zu dunkel. Das Tor geht nicht auf. Okay, das heißt, ich muss jetzt... Nein, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Bitte sag mir, dass ich da nicht rein muss. Ach, das ist eine Tür. Okay. Gut, dann... Natürlich. Ich darf Blut suchen. So, Amy hätte ich. Die sind soweit alle tot. Gut, jetzt ist die Frage... Nein, natürlich nicht. So, ich hoffe, da kommen jetzt nicht... ...noch mehr. Natürlich kommen da unendlich viele. Ich glaube, ich mache das alleine. Bitte lass es das Richtige sein. Na, jetzt! So, es war das Richtige. So, und jetzt aber schnell. Schnell, 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 schnell. Schnell! Ja, geschafft! Geschafft! Ja! Boah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich war jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Ich muss mich gerade ziemlich konzentrieren. Entschuldigung, ich werde jetzt... ...wieder etwas mehr kommentieren. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Denken Sie immer daran, immer etwas dabei zu haben, womit Sie sich verteidigen können. Ja, da werde ich dran denken. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt das... ...diesen Level hinter mir habe. Ganz ehrlich. Ich habe da bestimmt... ...keine Ahnung... ...fünf, sechs Stunden habe ich an dem Level bestimmt gebraucht. Also, offscreen. Schnell, Amy. Er kommt. Kapitel 6. Kapitel 6. Erlösung. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich gucke einfach mal. Was haben wir hier? Ein MRT. Na, das ist ja sehr einladend hier alles. Das kann ich nicht mitnehmen. Aufnehmen. Mal, was ist das hier für ein Raum? Was? Aufnehmen. Eine Spritze! Okay. Das heißt, wir dürfen irgendwann wieder alleine laufen. Na, super. Na, super. Oh, da.